Können wir das nicht auch machen? Diese Frage bekam ich diese Woche. Jemand hat mir ein Video zugeschickt von einer Aktion der Ekklesia-Kirche, 21 Tage des Gebets. Grob zusammengefasst sagte er, können wir nicht auch so eine Aktion auf die Beine stellen bei uns in der Elim? Er hat sich auch schon ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie das laufen würde. Er meinte, wir könnten einen Livestream machen als Start des Ganzen mit Lobpreis, mit Input und so weiter. Wir könnten für jeden Morgen Andachten aufnehmen und vorbereiten, so die Leute ermutigen zum Gebet. Abends würden wir ein Online-Gebet machen mit einem Moderator und so weiter. Also er kam so richtig ins Schwärmen und ich spürte seine Energie und seine Freude, das zu machen. Er meinte, das würde unsere Gemeinde zusammenführen und würde uns Gott näher bringen. Und natürlich war mein erster Gedanke, sehr gut, coole Sache. Und dann fing ich an zu überschlagen. Was würde es für uns bedeuten? Was müssten wir alles bewegen? Welche Teams müssten motiviert werden? Und was müsste ich persönlich dafür machen, um das auf die Beine zu stellen? Und egal wie ich es gedreht und gewendet habe, ich kam an die Grenzen des Machbaren. Mir war einfach klar, wenn wir das jetzt durchziehen, dann werde ich persönlich, dann werden einige Mitarbeiter und einige Teams mehr tragen müssen, als sie in der Lage sind zu stemmen. Ich habe diese Person kontaktiert, habe es umschrieben, habe es erläutert und erklärt, dass wir mit dem, was wir heute haben, an unsere aktuellen Grenzen der Möglichkeiten gekommen sind. Und nun noch eine zweite Geschichte, die dann erklärt, warum heute kein Livestream stattfindet. einer unserer Tontechniker, der für den Livestream verantwortlich ist, hat mich angerufen und mir erklärt, dass für diesen Sonntag alle drei Tontechniker, die den Liveton mischen können, leider ausgefallen sind. Das hatte zur Folge, dass wir entscheiden mussten, senden wir einen Gottesdienst mit einem schlechten Ton, mit einem nicht abgemischten Ton oder streamen wir überhaupt keinen Gottesdienst. Und auch dieses Mal musste ich mich entscheiden und auch dieses Mal musste ich sagen, was mache ich denn jetzt? Ich habe überlegt, können wir das doch irgendwie lösen? Können wir jemanden finden, jemanden holen, vielleicht sogar jemanden engagieren und bezahlen? Und ich bin aber an einen Punkt gekommen, wo ich sagte, halt, Albert, mach halt. Sieh, dass wir aktuell an unsere Grenzen gekommen sind. Wir haben noch nicht die Kapazitäten, Sonntag für Sonntag einen guten, in allen Facetten regelmäßig stattfindenden Livestream anzubieten. Ich gebe zu, mir war es nicht ganz wohl bei diesem Gedanken. Es hatte schon ein bisschen so einen Nachgeschmack des Versagens. Wir, wir große Gemeinde, wir als Elim Hannover. Diese zwei Begebenheiten haben mich ins Gebet geführt und zur Bibel. Ich habe angefangen zu suchen und mich zu fragen, Gott, wie soll ich darauf reagieren? Wie sollen wir als Gemeinde damit umgehen? Ist das für uns okay, so zu reagieren? Oder müssen wir jetzt alles dafür tun, alles in Bewegung setzen, um es irgendwie möglich zu machen und zu schaffen? Und tatsächlich, ich habe in der Bibel gute Antworten auf diese Frage gefunden und möchte heute das, was ich entdeckt habe, mit euch teilen. Und ich lade euch ein zu dieser Predigt, die ich überschrieben habe mit Grenzenlos? Fragezeichen? Die Hauptbibelstelle ist 2. Korinther, Kapitel 10, Verse 13 bis 16. Ich möchte das vorlesen, auszugsweise. Unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein, das schreibt Paulus an die Korinther. Tatsache ist, dass wir auch euch mit dem Evangelium von Christus erreicht haben. Andererseits haben wir die Hoffnung, dass euer Glaube immer stärker wird und wir dann unsere Arbeit in den Grenzen des uns zugeteilten Wirkungskreises mit eurer Hilfe noch viel weiter ausdehnen können. Ja, es ist unser Ziel, das Evangelium noch weit über euer Gebiet hinaus zu verkünden. Das ist die Bibelstelle. Spannend ist, dass in unserem Alltag, in den Medien und auch in nicht wenigen Predigten eher dazu aufgerufen wird, eher suggeriert wird, dass ein begrenztes Leben nicht erstrebenswert ist. Wir werden ermutigt, ja schon fast aufgefordert, Grenzen zu überwinden, Grenzen zu überschreiten. Ganz nach dem Motto, the sky is the limit oder life without limits. Und ich gebe zu, ich habe ein bisschen gegoogelt, dass ich mich für diese Predigt vorbereitet habe und habe eingegeben, Predigten, Umgang mit Grenzen. In Englisch, in allem Möglichen. Und es kommen nur Predigten raus, überwinde die Grenzen. Leben ohne Grenzen. Gott, wer über den Grenzen ist. Und irgendwie konnte mir keiner helfen. Also wieder zurück zur Bibel und zu schauen, Gott, was sagst du dazu? Spannend ist, dass dieser Bibelabschnitt uns sagt, dass es durchaus gut und wichtig ist, Grenzen zu erkennen, sie festzustellen und auf irgendeine Art und Weise mit ihnen umzugehen. Und nun haben wir die Wahl. Was können wir mit diesen Grenzen machen? Wir können sie akzeptieren, wir können sie überschreiten, wir können sie respektieren, wir können sie erweitern, wir können sie ignorieren und alle anderen Arten von Umgang mit ihnen haben. Ich persönlich habe aus diesem Bibelabschnitt drei Kategorien abgeleitet, die mir helfen, mit Grenzen richtig umzugehen. Und das sind auch die drei Überschriften für die heutige Predigt. Erstens, der Wirkungskreis ist von Gott zugemessen. Grenzen des Wirkungskreises sind von Gott zugemessen. Jeder von uns hat das. Zweitens, der Wirkungskreis, den Gott zugemessen hat, soll ausgefüllt werden. Und drittens, der Wirkungskreis soll ausgeweitet werden. Um die drei Kategorien mit Beispielen zu untermalen, werde ich eine Geschichte aus dem Volk Israel oder einen Zeitabschnitt aus der Geschichte des Volkes Israel nehmen, am Anfang und am Ende der Predigt und werde da auch einige Parallelen zu uns als Gemeinde ziehen. Zusätzlich, um das Ganze noch mit ein paar Beispielen zu füllen, werde ich einige Nuancen aus meiner persönlichen Geschichte erzählen und lade euch dazu ein, lade dich dazu ein, das auf dein Leben zu übertragen. Fangen wir also mit dem ersten Punkt an. Der Wirkungskreis ist von Gott zugemessen. Ich beginne mit dem Volk Israel. Sie waren in Gefangenschaft in Ägypten. Und Gott hat ihnen zugesagt, dass sie nicht in Ägypten bleiben werden. Er wird sie aus der Gefangenschaft herausführen. Und tatsächlich, auf wunderbare Art und Weise, ohne Krieg, schafft es das Volk Israel, dieses Land zu verlassen. Sie werden gehen gelassen und wandern durch die Wüste. Und nach etwa zwei Jahren stehen sie vor der Grenze des gelobten Landes. Gott hat ihnen zugesagt, ich werde euch in dieses gelobte Land führen. Vorsichtshalber schicken sie ein paar Kundschaften in dieses Land. Und diese Kundschafter sollen herausfinden, was läuft denn so in diesem Land? Schaffen wir es, dieses Land einzunehmen? Leider haben die meisten der Kundschafter dem Volk Israel das Feedback gegeben, nee, 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 lieber nicht. Gefährlich, gefährliche Leute, gefährliches Land geht nicht da ein. Und die Folge war eine fatale Entscheidung des Volkes Israel. Sie haben entschieden, nicht in das gelobte Land einzugehen und mussten aufgrund dieser Entscheidung weitere 38 Jahre durch die Wüste wandern. Sie haben also den Wirkungskreis, die Grenzen, die Gott ihnen gesetzt hat, nicht verstanden, nicht akzeptiert. Im besten Falle haben sie es nicht verstanden, im schlechtesten Falle haben sie nicht daran geglaubt. Und weil sie dieses Gebiet, diesen Wirkungskreis, den Gott ihnen gegeben hat, nicht eingenommen haben, wurden sie 38 Jahre lang in einem völlig kleinen, engen Wirkungskreis gehalten. Und deshalb bringt Paulus das auf den Punkt. Und er sagt, er fordert uns auf, er lädt uns dazu ein, zu erkennen, wo sind wir gerade, in welch einem Wirkungskreis, was hat uns Gott gerade zugemessen? In 2. Korinther 10, 13, einer der Verse, die ich heute schon gelesen habe, da heißt es, unser Maßstab ist der Wirkungskreis, den Gott uns zugemessen hat. Und dieser Wirkungskreis schließt auch euch mit ein, das sagt Paulus in 2. Korinther. Fangen wir also da an. Ich fange da, wo ich bin, und du da, wo du bist. Wo bist du da? Wo stehst du gerade? Was hast du? Was hat Gott dir gegeben? Welchen Wirkungskreis hat er dir zugemessen? Diese Dinge hängen natürlich von verschiedenen Faktoren ab. Die hängen davon ab, zum Beispiel, wie deine körperliche Beschaffenheit ist. Andere Faktoren sind aktueller physischer Zustand, aktueller mentaler Zustand, Bildungsstand oder Qualifikation, Berufs- und Lebenserfahrung spielen eine Rolle, aktuelle berufliche oder gesellschaftliche Stellung, was für eine Position hast du, aktuelles Umfeld, das Land, wo du lebst, deine Kultur, Mentalität und so weiter. All diese Faktoren haben einen Einfluss darauf, welchen Wirkungskreis Gott dir zugemessen hat. Und nun eine Geschichte von mir. Im Jahr 2008 haben wir uns mit ein paar Freunden diese Frage gestellt. Wir waren alle zusammen in einer Kirchengemeinde und wir wollten wissen, was für einen Wirkungskreis hat Gott uns gegeben? Welchen Auftrag? Wo sind wir gerade? Wo sollen wir hin? Was hat er für uns vorbereitet? Ich persönlich habe das für mich reflektiert und habe Folgendes zusammengetragen. Ich war damals politisch aktiv in einer Partei. Ich habe Verantwortung im Bauausschuss unserer Stadt übernommen. Ich war Vorsitzender eines Fördervereins, der Grundschule unserer Kinder. Außerdem haben sich meine Frau Tanja und ich im Fußballverein Unsere Sohnes engagiert, hatten da auch ganz viele Kontakte und natürlich auch weitere Kontakte mit den Eltern von Freunden unserer Kinder. Für die damaligen Verhältnisse war das etwas ganz Besonderes. Ich konnte meinen Wirkungskreis gut abstecken. Ich habe gesehen, wow, das ist schon eine ganze Menge Menschen, zu denen Gott mich geführt hat, mit denen ich irgendwie Kontakt habe. Und zeitgleich war für mich klar, wenn ich diese Menschen mit Jesus bekannt machen möchte, dann mache ich es bestimmt nicht so, dass ich zu ihnen mit einer Bibel hingehe und sage, hey, hier ist eine Bibel, kennst du schon Jesus? Und wenn nicht, erkläre ich dir das. Ich bin weder damals so ein Typ gewesen, noch bin ich heute so ein Typ. Mir geht es eher darum, ich möchte mit diesen Menschen eine Beziehung eingehen, Zeit mit ihnen verbringen und ihnen es ermöglichen, zu sehen, wie mein Leben läuft, wie mein Leben funktioniert, wie ich mit den Herausforderungen des Lebens umgehe. Und auf diese Art und Weise will ich sie natürlich darauf aufmerksam machen, was mir im Leben Halt gibt, was mich im Leben motiviert, was mir Freude bereitet und warum ich keine Furcht vor morgen habe. Leider war die Situation, in der ich mich damals befunden habe, eine nicht ganz passende. Damals haben wir mit diesen Freunden zu einer Kirchengemeinde gehört, die in einer Art Subkultur war. Es war eine ziemlich konservative, russlanddeutsche, beziehungsweise russisch sprechende Kirchengemeinde. Und diese Art von Subkultur hat dazu geführt, dass ich in so einer Kirche eher nicht die Freunde, die Bekannten aus der Politik, Förderverein und so weiter einladen würde. Das heißt, das, was ich glaubte, was Gott mir zugemessen hat in diesem Moment, konnte ich gar nicht ausfüllen aufgrund der Tatsache, dass ich Teil dieser Kirchengemeinde war. Es hat also die Kirchenzugehörigkeit und das, was Gott mir zugemessen hat, miteinander konkurriert. Kann das tatsächlich sein? In dem Fall habe ich das so gesehen und auch einige meiner Freunde. Und so haben wir mit ihnen zusammen ein Jahr später entschieden, eine neue Kirche zu gründen in meiner, in unserer Heimatstadt, die so sein sollte, dass wir ohne Wenn und Aber unsere Freunde dahin einladen würden. Übrigens würde ich heute sagen, sie war so ähnlich, zumindest mal die Werte und die Vorstellung wie unsere Elim Hannover heute. Und tatsächlich, wir haben es gemacht, 2009 war die Gemeinde gegründet. Viele Menschen kamen zum Glauben. Gott hat es gesegnet. Wir als Kirchengemeinde haben uns in die Stadt, in das Leben der Stadt integriert, haben auf vielen Veranstaltungen und Festen mitgemacht. Und das hat dazu beigetragen, dass die Kirchengemeinde bekannt war und wir viele, viele Menschen mit Jesus bekannt machen konnten. Als ich in der Vorbereitung für diese Predigt das alles habe Revue passieren lassen, war ich einfach dankbar für das, was damals passiert ist. Mir wurde bewusst, Gott hat mir ein Verständnis für den Wirkungskreis gegeben und ich bin dankbar, dass ich diesen Schritt gemacht habe und habe diesen Wirkungskreis für mich mit den Leuten zusammen angenommen. Durch die Neugründung war es möglich, vielen Menschen von Gott zu erzählen und den Wirkungskreis, den Gott uns und mir gegeben hat, auszufüllen. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt der Predigt. Wie fühle ich diesen Wirkungskreis aus? Was erwartet da Gott von mir oder wie können wir das gemeinsam tun? Dazu lesen wir Vers 15. Hier heißt es, Andererseits haben wir die Hoffnung, dass euer Glaube immer stärker wird und dass dann unsere Arbeit, wenn euer Glaube stärker wird, dass dann unsere Arbeit in den Grenzen des uns zugeteilten Wirkungskreises mit eurer Hilfe noch viel weiter ausgedient werden kann. Wow, das ist ganz spannend. Einerseits sagt Paulus, dass wir mit dem, was wir konnten, an unsere Grenzen gestoßen sind. Wir sind in dem Wirkungskreis, den Gott uns gegeben hat, bis zu euch vorgedrungen und wir kommen nicht mehr weiter. Wir sind an unseren persönlichen Grenzen angekommen. Aber wir haben eine Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung, dass dadurch, dass ihr, dass euer Glaube wächst, wir dadurch innerhalb der Grenzen unseres Wirkungskreises noch viel weiter kommen werden. Wir haben diese Woche so darüber nachgedacht mit unserer Assistentin, mit Michael, also mit der Assistentin Angelika, mit Michael haben wir darüber ausgetauscht, wie kann man das den Menschen nahe bringen. Und kurz bevor die Predigt fertig war, hat Angelika eine geniale Idee, wie ich finde. Das ist der Wirkungskreis, den möchte ich euch zeigen. Ich hoffe, dass er auch in der Kamera zu sehen ist. Das ist der Wirkungskreis, den Gott Paulus gegeben hat. Und Paulus konnte diesen Wirkungskreis gut ausfüllen, so mit dem einen Finger. Und er alleine ist an seine persönlichen Grenzen gekommen. Er sagt, ich habe es ausgefüllt, mehr kann ich nicht machen, aber ich habe eine Hoffnung, dass wenn euer Glaube wächst, wir diesen Wirkungskreis noch weiter ausdehnen können. Und schon merken wir, dass dadurch, dass mehr Leute involviert und engagiert sind, der Wirkungskreis ausgeweitet werden kann. Wir gehen nicht über die Grenzen hinaus, aber innerhalb dieses Wirkungskreises ist viel mehr möglich, wenn andere mit einstimmen. Wenn du gerade merkst, dass du an die Grenzen deines Wirkungskreises gekommen bist, wenn du das Gefühl hast, irgendwie geht das nicht mehr weiter, dann ist das vielleicht heute deine Botschaft. Dann ist heute vielleicht der Tag, um zu entscheiden, weitere Menschen mit ins Boot zu holen. Das, was du hast, geschäftlich, privat, auf der Arbeit, in der Gemeinde, was auch immer, wenn du merkst, du kommst nicht weiter, du bist an die Grenzen gestoßen, dann hol weitere Menschen dazu. Und auch hier möchte ich einen Teil meiner Geschichte erzählen, die aber sehr verbunden ist mit der Geschichte der Elim Hannover. Im Jahr 2017 kamen meine Familie und ich nach Hannover. Ich war damals zu 100% bei unserem Gemeindeverband, dem BfB, angestellt, als Assistent des Präses in Vollzeit. Ich habe also mit meiner ganzen Zeit für den Präses gearbeitet. Gemeindearbeit habe ich ein bisschen nebenbei gemacht. Und eine der ersten Aufgaben für den Präses war, eine Video-Einladung zu der Bundeskonferenz zu organisieren. Unser Präses, Johannes Justus, sagte mir damals, ruf Timna an, sie macht das. Und ich habe irgendwie nicht nach der Nummer gefragt und habe angefangen, Timna zu suchen, habe Timna bei Facebook gesucht. Und tatsächlich, ich habe Timna gefunden. Ich kannte sie nicht. Aha, Timna, Familienname passt. Und ich sehe da ein Foto von ihr, wie sie hinter einer Kamera sitzt oder vor einer Kamera, vor dem Fußballfeld und man sieht, dass sie die Bundesliga irgendwie filmt. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, boah, Hammer, sie arbeitet beim Fernsehen und sie ist bei uns in der Gemeinde. Und ich dachte, bestimmt hat die Elim Hannover hier ein Riesen-Videoteam und hier werden mediale Beiträge gemacht und so weiter. Aber nein, dem war leider nicht so. Timna hat tatsächlich immer wieder mal Filme für Gemeindeprojekte gemacht. Einmal zwei im Jahr und so weiter. Aber aus den unterschiedlichsten Gründen hat es irgendwie nicht geklappt, ein Videoteam ins Leben zu rufen. Ich konnte das nicht verstehen. Ich dachte, wie kann das sein? Das ist doch nicht möglich. Wir haben doch so eine Kompetenz hier. Mit der Zeit habe ich mehr Einblicke in die Gemeindearbeit bekommen, habe immer mehr in der Gemeinde gemacht. Einige Zeit später wurde ich halbtags in der Gemeinde angestellt, wurde als Pastor ordiniert und wir haben mit Timna vieles versucht. Wir haben zusammen gelitten, wir haben gehofft, gebetet, dass Gott da was tut. Aber irgendwie sollte sich das nicht entwickeln. Wir haben ein Videoseminar gemacht, Einladungen, Aufrufe, Leute, wir wollen ein Videoteam aufbauen. Alles gemacht, aber wir mussten verstehen, in dieser Zeit, in dieser Phase waren das die Grenzen und wir konnten sie nicht überschreiten. Mehr hat Gott in diesem Moment einfach nicht gegeben. Und dann passierte etwas. Es war im Herbst 2019. 2019, da kam es zu einem Durchbruch. Ich kann das noch nicht erklären, wie und was, was genau da passiert ist. Aber so hat sich das ungefähr zugetragen. Elias und Bianca kamen auf mich zu und haben gefragt, wieso können wir als eine so große Gemeinde keinen Livestream anbieten? Oh Mann, ich muss sagen, diese Frage hat richtig wehgetan. Schon wieder dieses schmerzhafte Thema. Ja, das frage ich mich auch, wieso. Natürlich habe ich das nicht so gesagt. Ich habe gesagt, du, wir haben leider kein Videoteam. Dass das Ganze auf die Beine stellen könnte und dass wir dauerhaft einfach eine gute Qualität anbieten könnten und so einen Livestream. Aber Bianca blieb hartnäckig. Sie fragte mich, ob es möglich wäre, dass sie mit ihrem privaten Handy über Instagram unseren Gottesdienst filmt. Ich habe natürlich zugesagt, habe mir nicht viele Gedanken gemacht und sie hat einfach losgelegt. Ob sie das Handy hochhält oder nicht, stört ja keinen. Und dann kann ich mich an diesen Sonntag erinnern. Auf meine Bekehrungseinladung hin. Einladung, sich für Jesus zu entscheiden. Sehe ich, wie in der zweiten Reihe Bianca sich meldet und winkt. Ich denke mir in diesem Moment, was? Bianca? Kann doch nicht sein. Bianca kennt Jesus schon. Und dann macht sie aber deutlich, gibt mir zu verstehen, dass die Person, die gerade dieses Video über Instagram schaut, sich daraufhin gemeldet hat. Das hat mich an diesem Tag so bewegt. Wir haben zusammen gebetet, für diese Person gebetet, sie gesegnet. Und ich spürte, dass da irgendwas passiert ist. Es hat sich einfach so gut angefühlt. Ich wusste noch nicht, was da war, aber klar war, dass sich etwas ändern wird. Ein paar Monate später haben wir unsere erste Videokamera als Gemeinde gekauft. Timner hatte die ersten Erfolge. Es haben sich zwei Jungs gemeldet, die gerne das Videoteam unterstützen würden. Das war Ido und Kevin. Ihr seid richtig coole Typen. Ihr seid Pioniere gewesen. Ihr habt Timner unterstützt. Einige Zeit später, einige Wochen später, haben wir unseren Kids, Alien Kids Musical gefilmt. Ohne viel Vorbereitung. Es ist ganz gut geworden. Und dann dachte ich, jetzt bin ich gespannt, wie geht es jetzt weiter. Aber diese Spannung dauerte nicht lange an. Denn dann kam das Jahr 2020. Dann kam der Lockdown. Dann kam Corona. Und ohne viel zu überlegen, von heute auf morgen, plötzlich Gottesdienst abgesagt, mussten wir entscheiden, was machen wir jetzt. Ich schnappte mir damals mein Handy. Das war, glaube ich, Donnerstag, als die Entscheidung bekannt gegeben wurde, kein Gottesdienst am Sonntag. Ich schnappte mir mein Handy, googelte mich durch die Themen Livestream und habe mit Hilfe von ein paar Leuten tatsächlich mit meinem eigenen Handy den ersten Elim Hannover Livestream auf die Beine gestellt. Wir haben das über Twitch gemacht, haben das auf unserer Homepage eingebunden. Und viele Menschen haben diesen Gottesdienst gesehen. Ich glaube, 600 Leute am ersten Sonntag. Und wir dachten, wow, Hammer. Wir haben so viele positive Rückmeldungen bekommen. Ich selbst habe mir das dann im Nachhinein angeschaut, habe hingehört, dachte, wow, gar nicht so schlecht. Einige Monate später, ich glaube, über ein halbes Jahr später, hat mir Timner dann verraten, das war schrecklich. Das Bild war schrecklich. Der Ton war schrecklich. Man hat kaum was verstanden. Ich glaube, damals hätte ich die Kritik tatsächlich nicht so annehmen können. Ich hätte sie beleidigend empfunden. Aber heute weiß ich, Timner hat absolut recht. Denn heute etwas nicht ganz ein Jahr weiter, wenn ich sehe, was wir momentan Sonntag für Sonntag fast jede Woche anbieten können. Ich bin einfach dankbar, dass Gott dieses Gebiet, diesen Wirkungskreis uns eröffnet hat und dass wir da hineinkommen und dabei sind, diesen Wirkungskreis auszufüllen. Das ist die Geschichte. Ich fing an, den ersten Livestream zu machen mit meinem Handy. In der Folgewoche gab es ein paar Jungs, die Lust hatten, dass es besser wird. Das war Edwin und das war Tobi und sie sagten, komm, wir machen zwei Kameras. Und dann haben wir zwei Kameras gehabt und die Woche drauf haben wir noch eine dritte Kamera, glaube ich, dazu bekommen. Dann kam Timner dazu, die leider in den Wochen zuvor verhindert war beruflich und dann hat sich eins zum anderen ergeben und wir haben das, was Gott gegeben hat, einfach ausgedehnt mit unseren Mitteln, mit unterschiedlichen Kameras, nicht aufeinander abgestimmt, haben wir das, was möglich war, einfach ausgefüllt. Uns wurde die Tür geöffnet, wir haben das erkannt und sind in dieser Richtung unterwegs gewesen. Und nun möchte ich eine Frage stellen. uns selbst, euch. Was machen wir, wenn wir das, was Gott uns gegeben hat, ausgefüllt haben? Was machen wir, wenn wir merken, dass da nichts mehr geht, dass wir an unsere Grenzen stoßen? Was machen wir, wenn es nicht mehr weitergeht? Und ich habe eine andere Frage oder eine bessere Frage sogar. Die Frage sollte lauten, nicht was machen wir, sondern was macht Gott? Vielleicht erinnerst du dich, der Punkt, der erste hieß, der Wirkungskreis wird von Gott zugemessen. Der Wirkungskreis wird von Gott gegeben. Und wenn wir das, was er uns gibt, annehmen und es ausfüllen, dann dauert es nicht lange, bis Gott uns einen neuen, einen anderen, einen größeren Wirkungskreis gibt. Und diesen Wirkungskreis können wir dann mit wieder den gegebenen Mitteln noch viel weiter ausdehnen. Und ich lade dich heute dazu ein, dir vielleicht so ein Gummi zu schnappen oder daran zu denken, dass das für dich ein Symbol wird. Ab heute, für dieses neue Jahr vielleicht, das, was Gott dir gegeben hat, anzunehmen, es zu füllen und mit deinen Möglichkeiten auszugeben. Und so komme ich, auszudehnen. Und so komme ich zum dritten und letzten Punkt. Der Wirkungskreis soll ausgeweitet werden. Wenn wir an diese Stelle kommen, dann glauben und hoffen wir, dass Gott es tut. Und dazu lese ich den Vers 16. Hier heißt es, ja, es ist unser Ziel, das Evangelium noch weit über euer Gebiet hinaus zu verkündigen. Das wusste Paulus, dass das sein Weg ist. Das war seine Sehnsucht. Er sollte dahin kommen. Nicht nur bis nach Korinth. Er wusste, sein Wirkungskreis ist größer und er wusste, er muss erst dahin kommen. Und tatsächlich wissen wir, dass Paulus später bis nach Italien gekommen ist, nach Rom und auch Pläne gemacht hat, bis nach Spanien zu kommen. In der Bibel ist es nicht festgehalten, ob es Paulus tatsächlich geschafft hat, bis nach Spanien zu kommen. Aber wir wissen, dass sein Wirkungskreis tatsächlich sich ausgeweitet hat. Und auch hier sehe ich eine Parallele zur Geschichte des Volkes Israel. Wir schlagen jetzt wieder die Brücke zu dem Volk Israel, als sie in das gelobte Land eingehen sollten. Wir haben gehört, dass sie erst gekniffen haben. Sie haben nicht geglaubt. Als Folge dessen mussten sie 40 Jahre durch die Wüste gehen. Aber die nächste Generation, die hat es angenommen. Die sollte das Land einnehmen, das Gott ihnen vorbereitet hat. Den Wirkungskreis, den Gott vorherbestimmt hat, den er vorbereitet hat, mit einer Verspätung von etwa 38 Jahren, sollte das Ganze dann doch umgesetzt werden. Und jetzt schaut mal, wie Gott ihnen das Land geben wollte. Das steht in 2. Mose 23, Vers 27. Denn Völkern, zu denen ihr kommt, werde ich Angst und Schrecken einjagen, heißt es. Aus lauter Verwirrung werden eure Feinde Hals über Kopf vor euch fliehen. Aber ich werde sie nicht auf einmal vertreiben, sonst ist das Land menschenleer und öde und die wilden Tiere vermehren sich so sehr, dass sie euch schaden werden. Ich werde die Bewohner des Landes nach und nach vertreiben, bis euer Volk so groß ist, dass ihr ganz Kanan in Besitz nehmen könnt. Hier sehen wir also, dass Gott auch dem Volk Israel, das Land, das er ihnen zugesagt hat, es nach und nach geben wollte. Je nachdem, wie weit sie gerade gekommen sind. Wenn sie das Gebiet, das er ihnen gegeben hat, eingenommen haben, dann sollte das nächste Stadium kommen, der nächste Wirkungskreis, das nächste Stück Land. Und ähnlich ist das auch für uns als Gemeinde heute. Jesus hat so einen ähnlichen Auftrag gegeben. Als er nach seinem Tod und Auferstehung in den Himmel aufgefahren ist, sagte er zu seinen Jüngern, Apostelgeschichte 1, Kapitel 8, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. in Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entlegensten Gegenden der Erde. Also auch hier das gleiche Prinzip. Stück für Stück, Stück für Stück wird der Wirkungskreis erweitert. Die Christen sollen Zeugen sein, in Jerusalem, dann in dem ganzen Gebiet Judäa, dann in Samarien und über die Grenzen des eigenen Landes hinaus bis ans Ende der Welt. Und spannend ist, dass seit dieser Ansage bis zur ersten Missionsreise des Paulus, als er über die Grenzen der damaligen Region bis in die Türkei vorgestoßen ist, etwa 16 bis 18 Jahre vergangen sind. Stück für Stück, Stück für Stück hat Gott seine Zusage wahrgemacht. Also auch hier das gleiche Prinzip. So wie das Volk Israel das gelobte Land erobern sollte, so ist auch der Auftrag an uns, an die Christen, an die Gemeinde, die frohe Botschaft von Jesus Christus in die ganze Welt zu tragen. Was für das Volk Israel das gelobte Land war, das ist für uns, für die Gemeinde heute die ganze Welt. Und nun möchte ich zum Schluss kommen. Und ich möchte dich dazu einladen, auf das, was du gehört hast, zu reagieren. Du hast jetzt die Möglichkeit, das, was dich angesprochen hat, nicht nur anzunehmen, nicht nur dem zuzustimmen, sondern eine Entscheidung zu treffen. Weißt du, wenn Jesus dich mal erreicht hat, wenn du dein Herz für ihn geöffnet hast, wenn du ihn kennengelernt hast und sein Kind geworden bist, dann hast du nicht nur Erlösung erfahren, dann bist du nicht Gottes Kind geworden, sondern du hast auch einen Auftrag bekommen. Und der Auftrag lautet, trage die Botschaft des Evangeliums zu den Menschen hinaus. Gib das weiter. Und möchte dir sagen, dein Leben macht einen Unterschied. Du hast einen Auftrag bekommen, du hast einen Wirkungskreis bekommen, wie auch immer er aussieht. Es gibt Menschen in deinem Umfeld, in deiner Umgebung. Und ich möchte dich dazu einladen, dass du heute diesen Wirkungskreis anfängst auszufüllen. Dass du dich fragst, da wo ich jetzt stehe, mit dem, was ich habe, was kann ich tun? Bin ich da richtig? Ist es das, was Gott mir gegeben hat? Und ich lade dich dazu ein, diesen Wirkungskreis zu erkennen und auszufüllen. Wie kannst du das machen? Eine meiner Botschaften bei dem letzten Treffen der Mitarbeiter in diesem Jahr, wir nennen das Team Night, war, entwickle dich weiter, geh nächste Schritte. Und damit möchte ich aber auch sagen, weiterentwickeln heißt nicht unbedingt, dass du irgendwie Leiter werden musst, dass du Leitungsverantwortung übernehmen musst, sondern es kann auch eine horizontale Weiterentwicklung sein. Erschließe neue Gebiete, erschließe neue Fähigkeiten, spezialisiere dich auf etwas, stelle dich breiter auf in dem, was du jetzt gerade hast. Fang an, Neues zu lernen und frag dich, wie kann ich mit dem, was, mit dem Potenzial, was in mir steckt, das Gebiet, den Wirkungskreis bis an die Grenzen ausfüllen, die Gott mir gegeben hat. Ich lade dich ein, diese Entscheidung zu treffen und diesen Weg zu gehen, ganz bewusst, vielleicht mit so einem Gummi in der Hand. Und ich möchte mich auch an dich wenden, wenn du Jesus persönlich noch nicht kennst. Wenn du Jesus nicht kennengelernt hast, will ich dich dazu einladen, ihm zu begegnen, ihn jetzt dazu einzuladen, in dein Leben zu kommen. Vielleicht kommst du in deinem Leben an Grenzen. Vielleicht stehst du wie vor einer Wand und du kommst nicht weiter. Ich möchte dir sagen, Jesus hat einen Wirkungskreis für dich abgesteckt. Er ist der, der dich dabei unterstützen kann, mit dieser Grenze gut umzugehen. Ich möchte aber auch dich einladen. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die schon lange resigniert haben. Vielleicht bist du einer, der gar nicht mehr nach vorne gehen will. Vielleicht fühlt sich dein Leben so richtig richtungs- und bedeutungslos an. Und du fragst dich, wozu lebe ich überhaupt? Wozu bin ich denn überhaupt da? Auch dir kann Jesus begegnen. dir kann Jesus heute zur Seite stehen und dir dabei helfen zu erkennen, dass du einen Wirkungskreis hast, dass du einen Wert hast, dass du wichtig bist und dass dein Leben einen Sinn hat. Weißt du, du bist kein Zufall, du bist keine Laune der Natur und du bist auch kein Unfall, sondern Gott hat dich gesehen und hat dich gewollt. So lade ich dich ein, wenn du jetzt Jesus zum ersten Mal in dein Leben aufnehmen möchtest, mit mir gemeinsam zu beten. Du kannst, wenn du gerade vor dem Fernseher bist, kannst du auch sagen, ja, ich möchte das. Für dich persönlich vielleicht als Handzeichen oder für die Menschen, die mit dir zusammensitzen. Und wenn du das möchtest, lass uns gemeinsam beten, okay? Ich spreche nach und du kannst mir, ich spreche vor und du kannst mir nachbeten. Jesus Christus, danke, dass du mich gewollt hast. Danke, dass du mich kennst und mich liebst. Bisher habe ich ohne dich gelebt. Ich bin an meine Grenzen gekommen. Ich bin an einen Punkt gekommen, wo das Leben nicht wirklich Sinn macht. Ich möchte mich jetzt an dich wenden. Führe du mich durch das Leben. Zeige du mir den richtigen Weg. Zeige mir meinen Wirkungskreis. Nimm mich in deine Arme auf. Ich will dein werden. Vergib mir meine Schuld. Vergib mir, was ich Falsches getan habe bisher. Mach mich neu. Hilf mir, nach vorne zu schauen, nicht nach hinten. Mach mein Leben neu mit dir an deiner Seite. Danke. Amen. Wenn du mitgebetet hast, dann gratuliere ich dir vom ganzen Herzen und möchte dich einladen, zu uns Kontakt aufzunehmen. Du kannst gerne auf unsere Homepage gehen. www.elem-hannover.de und dort ein Kontaktformular ausfüllen oder du schreibst uns einfach an info.elem-hannover.de Wir melden uns gerne bei dir. Wenn du dich heute für Jesus entschieden hast, würden wir dir gerne eine Bibel schenken und ein paar Informationen. Und wenn du Jesus schon länger kennst und heute auf diesen Gottesdienst gestoßen bist und uns kennenlernen möchtest, wir würden das gerne auch. Kontaktiere uns und wir kommen ins Gespräch. Ich wünsche euch einen guten Sonntag, einen guten Start in dieses Jahr. Ich wünsche euch, dass ihr erkennt, seht, was euer Wirkungskreis ist und dass ihr diesen Wirkungskreis ausfüllt. Bis bald! Wirkungskreis ist